Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seit ich Muslim bin und sogar schon davor, habe ich immer wieder erlebt, wie christliche Missionare versuchen, den Islam schlecht zu machen, indem sie versuchen, vom Propheten alaihi salatu wassalam bestimmte Dinge zu erwähnen, wie zum Beispiel, dass er Kriege geführt hat, dass er Aisha geheiratet hat, als sie ziemlich jung war für heutige Verhältnisse und so weiter und so fort. Und damit versuchen sie, den Islam schlecht zu machen und den Muslimen einzureden, guck mal, Mohammed kann doch gar kein Prophet gewesen sein, denn der hat dieses und jenes gemacht. Der hat Kriege geführt, der hat schlechte Taten gemacht, laut ihrer Meinung. Und viele Muslime fühlen sich, werden damit konfrontiert und wissen nicht, wie sie darauf antworten sollen. Und sie leugnen dann vielleicht sogar einige Geschichten, zum Beispiel die Geschichte von Banu Koraiza, wo der Prophet hunderte Juden getötet hat, exekutiert hat. Und da muss man einfach sagen, das ist eine spezielle Situation gewesen, die stattgefunden hat, aber warum erwähnt ihr das, erwähnt aber nicht, was diese Leute von Banu Koraiza vorher gemacht haben und dass sie bald die Muslime ausgerottet hätten, dass bald die Muslime durch die Hilfe von Banu Koraiza ausgerottet worden wären. Wenn ich von einem Krieg schildere und ich erzähle nicht die ganzen Umstände, was zum Krieg geführt hat, was beide Parteien gemacht haben und ich erzähle einfach nur eine Seite, dann ist das eine perfekte Geschichtsfälschung. Stellt euch mal vor, ich würde sagen, im Zweiten Weltkrieg haben die Russen so und so für hunderttausend Deutsche getötet und lasse das so stehen. Beispiel in hundert Jahren bei jemandem, der absolut keine Ahnung hatte, was dort überhaupt vorher passiert ist, dass die Deutschen vorher die Aggressoren waren, dass die Deutschen 25 Millionen Menschen auf dem Gebiet der Sowjetunion getötet haben. Stellt euch das mal vor. Das wäre die perfekte Geschichtsfälschung. Das heißt, man erzählt erstmal, wer angefangen hat, was genau passiert ist und dann erzählt man am Ende, wer getötet wurde. Warum erzählen sie nicht, dass Leute, die sich an dem Krieg nicht beteiligt haben, nicht getötet wurden, sondern nur die, die mit an dem Verrat gegen den Propheten beteiligt waren, die den Vertrag gebrochen haben. Und natürlich muss man das auch im Gesamtkontext sehen, im Gesamtkontext sehen, dass der Prophet a.s.w. in den überwiegenden Geschichten Gnade walten lassen hat. Bei der Eroberung von Mekka, die wir ihn bekämpft haben. Was hat er gesagt? Idhe habufe entum tulaka geht, denn ihr seid frei. In so vielen Geschichten wurde das erwähnt. Der Prophet a.s.w. bei einer Schlacht stand jemand vor ihm mit einem Schwert. Das heißt, der Prophet hat unter einem Baum geschlafen, hat sein Schwert aufgehangen. Da kam einer von den Feinden, hat das Schwert genommen und hat gesagt, wer kann dich jetzt vor mir schützen? Hast du Angst vor mir? Der Prophet sagt, nein. Wer kann dich jetzt vor mir schützen? Er sagt, Allah. Oder dreimal Allah. Und das Schwert fällt ihm aus der Hand. Der Prophet nimmt das Schwert und sagt, wer kann dich jetzt vor mir schützen? Und dann sagt dieser Mann, dass er den Islam nicht annehmen wird, dass er aber ihn nicht bekämpfen wird und keinem helfen wird, der ihn nicht bekämpft. Und dann lässt der Prophet ihn frei und lässt ihn laufen. Warum erzählt man diese Geschichten nicht? Das heißt, diese christlichen Missionare, diese Hardcore-Christen, die nehmen ganz selektiv irgendwelche Verse raus, irgendwelche Geschichten raus, lassen andere aus. Um die Muslime, die wenig Wissen haben, durcheinander zu bringen. Was können wir Muslime tun? Weil natürlich, wir wollen den Propheten, a.s.w. verteidigen. Und es gibt so viele Geschichten, die erzählt werden. Viele davon sind gelogen. Alle davon sind in einem falschen Kontext genannt worden, wie ich das eben schon erwähnt habe. Wenn man sagen würde, die Alliierten haben im Zweiten Weltkrieg so, so viele Deutsche umgebracht, dann würde man sagen, was sind das für Verbrecher? Wenn man das aber in den historischen Kontext setzt und erzählt, was die Deutschen vorher gemacht haben, dann sieht die Geschichte ganz anders aus. Und das ist diese typisch Hardcore-Evangelikale, Hardcore-christliche Geschichtsfälschung, was den Islam angeht. Aber der Witz an der ganzen Sache ist folgendes. Und das ist etwas, was ich jedem immer ans Herz binde. In der Dauer. Wenn ihr mit jemandem diskutiert und er bringt ein Argument, musst du dir zwei Fragen stellen. Was will diese Person damit sagen? Und was ist diese Person? Beziehungsweise was glaubt diese Person? Wenn jetzt ein Christ kommt und er sagt, Mohammed hat dieses gemacht, Mohammed a.s.w. hat jenes gemacht. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, Mohammed a.s.w. kann ja gar kein Prophet gewesen sein, weil er ja schwere Sünden gemacht hat. Das möchte er damit sagen. Natürlich, wir widerlegen das und wir glauben das nicht. Aber so weit brauchen wir gar nicht zu gehen. Warum? Weil er ein Christ ist. Wie, weil er ein Christ ist? Weil er ein Christ ist. Wie Abraham sagt, weil er ein Christ ist. Was willst du uns jetzt damit sagen? Weil er ein Christ ist, müssen wir gar nicht großartig jetzt da etwas verteidigen. Warum? Ganz einfach. Weil die Christen selber nicht glauben, dass es eine Bedingung ist, um ein Prophet zu sein, dass man sündenfrei ist. Das glauben die Christen gar nicht. Das heißt, das ist eine islamische Akida. In der islamischen Glaubensüberzeugung ist es so, dass die Propheten freigesprochen werden müssen von großen Sünden, von Schirk und so weiter. Aber im Christentum ist das nicht so. Es kann jemand eine göttliche Offenbarung bekommen und ist der größte Götzendiener. Es wird von Suleyman erwähnt, dass er verführt wurde, Götzen zu dienen. In der Bibel. Und ich erzähle euch, von daher ist das die pure Heuchelei. Und eigentlich ist dieses Argumentationsmuster ein Beweis, dass die Christen in ihrem Herzen selber wissen, dass ihre Religion falsch ist. Diese Missionare. Denn sie wissen von ihrem Herzen her, dass jemand, der solche Charaktereigenschaften hat, kein Prophet sein kann. So wie es die Muslime sagen. Aber in ihrer Akida, in ihrem Buch ist das anders. In ihrer Glaubensder ist das anders. Ich lese euch mal eine Geschichte vor. 2. Samuel 11. David und Bad Seba. Als David einmal ab Vers 2. 2. Samuel 11, Vers 2. Und David hat zum Beispiel das Buch, die Psalme, Sabur, ist auch in der Bibel, ist offenbart worden an ihn. Das heißt, er ist ein Prophet. Er ist jemand, ein göttlicher Gesandter, der eine Offenbarung bekommen hat. Als David einmal zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Flachdach des Königspalastes hin und her ging, sah er von dort aus eine Frau, die badete. Das heißt, sie beschreiben David, dass er auf dem Königspalast hin und her ging, da sieht er eine Frau, die badete. Jetzt gucken wir mal, wie der Prophet hier beschrieben wird. Wie hier jemand, der eine göttliche Offenbarung als schlimmster Frevler dargestellt wird. Die Frau war sehr schön anzusehen. Für ihn. David schickte jemand hin und erkundigte sich nach ihr. Man sagte ihm, das ist Badseba, die Tochter Amils, die Frau des Hetiras, Uria. Das heißt, die ist verheiratet. Das heißt, er sieht diese Frau nackt baden, laut Bibel, und erkundigt sich nach ihr. Dann wird ihm gesagt, ah, die ist verheiratet. Was macht David jetzt? Dann kehren sie in ihr Haus zurück. Die Frau war aber, ach so. Darauf schickte David Boten zu ihr und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Das heißt, David erkundigt sich nach der Frau. Es wird ihm gesagt, die Frau ist verheiratet. David lässt die kommen, laut Bibel, und geht mit der Fremd. Begeht Ehebruch. Ein Prophet begeht Ehebruch. Liebe Christliche Missionare, was soll die Heuchelei? Was soll die Heuchelei? Ihr wollt uns sagen, Mohammed kann kein Prophet gewesen sein. Hier, das habe ich letztens noch, letztens noch ein Video gesehen. Da fingen sie an mit Zeyn ibn Haritha, der Zeynab bin Jahsh scheiden lassen hat. Und danach hat der Prophet sie geheiratet. Dann wollen sie mit dieser Geschichte beweisen, indem sie die Geschichte verdrehen und erzählen, Mohammed hätte sie nackt gesehen, was nicht stimmt. Und hat sich dann in sie verliebt und hat sie dann Zeynab bin Jahsh geheiratet, auf dem Befehl von Allah, um den Brauch bei den Arabern abzuschaffen, dass man jemanden vom Adoptivsohn, weil Zeyn ibn Haritha war eine Zeit lang der Adoptivsohn, da gab es einen Brauch, man darf die Frau, die Ex-Frau vom Adoptivsohn nicht heiraten, um diesen Brauch abzuschaffen, um diese Jahiliah, diese Zeit der Unwissenheit abzuschaffen. Sie bringen das als einen Beweis, dass Mohammed kein Prophet gewesen sein kann und stehen ganz selbstbewusst dort, hier, guck mal, guck mal hier. Und deswegen, liebe Geschwister, müsst ihr verstehen, warum ich auch manchmal so geladen bin, wegen dieser Heuchelei. Wir haben es täglich mit solchen Heuchlern zu tun, mit solchen verlogenen Menschen, die Geschichten über unseren Propheten verdrehen und dabei die größten Heuchler sind. Das heißt, sie wollen sagen, Mohammed kann kein Prophet gewesen sein, weil er die Ex-Frau von seinem Adoptivsohn, und Adoption wurde verboten im Islam, geheiratet hat. Zur selben Zeit glauben sie aber an David, dass David Unzucht begangen hat, mit einer Frau, die verheiratet ist. Was soll die Heuchelei? Das heißt, die Christen glauben gar nicht, dass ein Prophet, jemand, der göttliche Offenbarung bekommt, sündenfrei sein muss. Wieso kommt ihr dann zu den Muslimen und sagt zu den Muslimen, ah, schau mal, ihr Muslime, ihr glaubt an einen falschen Propheten, weil Mohammed hat Zeynab bin Jahsh geheiratet, die vorher mit Zeynab bin Haritha verheiratet war. Was soll der Schwachsinn? Was soll diese Heuchelei? Und das ist das, wie Muslime durcheinander gebracht werden. Dann gibt es dann Muslime, die schauen sich dann diese Videos an, auf YouTube, boah, krass, wie, kann ja gar nicht sein. Da, man muss sich informieren. So, was passiert dann? Die Frau war aber schwanger geworden und schickte deshalb zu David und ließ ihm mitteilen, ich bin schwanger. Darauf sandte David einen Boten zu Joab und ließ ihm sagen, schick Uriah zu mir und Joab schickte Uriah, also der Mann von ihr, zu David. Als Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es Joab und dem Volk gut gehe und wie es mit dem Kampf stehe, dann sagte er zu Uriah, also der Mann von der Frau, mit der David angeblich fremdgegangen ist, ja, geh in dein Haus hinab und wasch dir die Füße. Uriah verließ das Haus des Königs und es wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Uriah aber legte sich am Tod des Königshauses bei den Knechten seines Herrn nieder und ging nicht in sein Haus hinab. Man berichtete David, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Darauf sagte David zu Uriah, bist du nicht gerade von einer Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinuntergegangen? Uriah antwortete David, die Lade und Israel und Judah wohnen in Hütten und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld. Da soll ich in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken, um bei meiner Frau zu liegen. So wahr du lebst und so wahr deine Seele lebt, das werde ich nicht tun. Darauf sagte David zu Uriah, bleib auch heute noch hier, morgen werde ich dich wegschicken. Morgen werde ich dich, also morgen wird er ihn wegschicken. Den Mann, mit dessen Frau David angeblich fremdgegangen ist. So, wo schickt ihr ihn denn hin? So, am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Er schrieb in dem Brief, stell Uriah nach vorn, wo der Kampf am heftigsten ist, dann zieht euch von ihm zurück, sodass er getroffen wird und ihn tot findet. Das heißt, David schickt den Mann, mit dessen Frau er fremdgegangen ist, in den Kampf und sagt, die sollen sich dann von ihm zurückziehen, damit er getötet wird. So wird ein Prophet in der Bibel beschrieben. So wird ein Prophet in der Bibel beschrieben. Und deswegen sagen wir auch, die Bibel ist gefällig, weil das ist kein Prophet. Und jetzt sollen die Christen bitte darüber nachdenken. Ihr kommt immer mit, Mohammed hat dieses gemacht, Mohammed hat jenes gemacht. Warum? Weil ihr in eurem Herzen schon wisst, dass Gott niemanden auswählt mit einer göttlichen Offenbarung, der solche Taten begeht. David, die Psalme sind an ihm offenbart worden. Salomon, der angeblich Schirk gemacht hat, Hohelieder etc., Hohelieder Samu, an ihm offenbart worden. Und er hat angeblich Politheismus betrieben. Das heißt, ihr wisst eigentlich, dass eure Akhida falsch ist. Ihr wisst eigentlich, dass das nicht sein kann. Und jetzt müsste euch eigentlich klar sein, dass diese Stellen in der Bibel gefälscht sind. So, dann noch was, wenn jemand kommt mit Mohammed, hat Kriege geführt. Moses hat Kriege geführt. Nummer 31. Aber dann kommt natürlich das Scheinargument, ja, aber Jesus hat ja keine Kriege geführt. Okay, laut Christentum, was ist Jesus? Gott, laut Christentum. Gott, beziehungsweise Sohn Gottes. Okay, wer hat Moses dem Befehl gegeben, die Midianiter abzuschlachten? Gott. Wer ist Gott, laut Christentum? Jesus. Also hat Jesus dem Befehl gegeben, die Midianiter abzuschlachten. Punkt. Ende aus. Oder ist der Vater und der Sohn, haben die Meinungsverschiedenheiten? Oder wie? So, jetzt die Frage. Warum bist du jetzt als Christ? Weil jetzt werden einige Christen das sehen und werden sauer sein. Ah, wie kannst du sowas sagen über Jesus? Okay. Dann hat der Vater es befohlen. Warum bist du jetzt nicht sauer? Warum bist du sauer, wenn ich sage, Jesus hat das befohlen? Aber wenn ich sage, der Vater hat das befohlen, bist du nicht sauer? Was ist los? Merkst du was? Merkst du was? Das ist ein Widerspruch. Wir können auch andere Sachen nennen. Von Unzucht, von Inzucht, dass Lod mit seinen Töchtern schläft und so weiter. Alles in der Bibel vorhanden. Alles in der Bibel vorhanden. Warum sage ich das den Muslimen? Liebe Geschwister, wenn euch jemand konfrontiert mit Geschichten vom Propheten, sagt nicht sofort, nein, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Sagt erstmal, ich muss erstmal gucken, wie das genau war. Gib mir mal die Stelle, gib mir mal den Hadith, gib mir mal die Geschichte. Und dann frage ich jemanden, wie das genau gewesen ist und welche Weisheit dahinter steckt. Denn der Prophet, a.s.w. ist der auserwählte, beste Mensch, den Allah jemals gesandt hat. Und wenn dann jemand kommt mit, ja, aber Aisha war so jung gewesen, dann sagen wir ihm, das war damals eine ganz andere Zeit. Und Aisha hat sich nicht beschwert. Und die Gesellschaft damals hat sich nicht beschwert, weil es in dieser Zeit ganz normal war. Und warum soll es schlecht sein, dass er eine Frau heiratet, die besonders jung ist? Warum ist das hier schlecht? Und das ist zu Recht schlecht, weil dieses Mädchen einen Schaden dadurch erlangt. Wenn jetzt ein älterer Mann ein junges Mädchen heiratet, die erlangt einen Schaden dadurch, okay? Allah hat befohlen, dass der Prophet Aisha heiratet. Hat Aisha einen Schaden dadurch bekommen? Ganz im Gegenteil, sie war selbstbewusst, sie war gesund, sie war körperlich gesund, psychisch gesund, selbstbewusst, stark, die wissendste und hat 2210 Hadithe überliefert. Und ist sogar in die Schlacht gezogen. So selbstbewusst war der. Das heißt, die hat weder einen psychischen Schaden noch einen physischen Schaden. Ganz im Gegenteil, die hatten nur Nutzen durch diese Heirat gehabt. Warum? Weil Allah sie darauf vorbereitet hat. Und das war eine Ausnahme. Und diese ganzen Bilder von das arme Mädchen, als wenn es vergewaltigt worden wäre, das sind alles Bilder, die mit der Realität nichts zu tun haben. Aber warum diese Heuchelei? Warum immer ein Bild, anstatt das Bild komplett zu zeigen, immer einen Teil von dem Bild zeigen, den Rest ummalen und verändern und verdrehen und nicht betrachten. Aber selber mit einem Finger auf die Muslime zeigen und mit drei Fingern auf die Bibel. Wie, wenn du sagst, Mohammed kann kein Prophet gewesen sein, weil er Zeynab bin Jahsh geheiratet hat. Wie kannst du dann glauben, dass David ein Prophet war und er ist fremdgegangen, er hat keine Frau geheiratet, er hat keine Frau, laut Bibel, Samuel 2, hat er keine Frau, 2. Samuel 11, hat er keine Frau geheiratet, sondern er ist mit einer Frau fremdgegangen und als sie dann schwanger geworden ist, hat er dafür gesorgt, dass ihr Mann getötet wird. Das heißt, er hat praktisch den Ehemann getötet und ist mit der Frau fremdgegangen. Das heißt, das kann ruhig ein Prophet sein, aber Mohammed kann kein Prophet sein. Wahnsinn. Mohammed kann kein Prophet sein, weil er die Ex-Frau von dem Adoptivsohn geheiratet hat, aber David ist ein Prophet, weil er mit einer Frau fremdgegangen ist und dann den Mann indirekt getötet hat. Das ist der pure, der pure, der pure Widerspruch. Und deswegen, liebe Geschwister, müsst ihr die Religion lernen und andere Religionen lernen, damit ihr bewaffnet seid mit Wissen. Mohammed abdullu Wahab, Rahimallah, sagt, Wenn du weißt, dass der Weg Allahs mit Feinden bestückt ist, die auf ihm lauern, so wisse, dass deine Pflicht ist, von der Religion Allahs das zu lernen, was für dich zu einer Waffe wird, womit du diese Feinde besiegen kannst.